Abend Leute, morgen gibt es wie immer einen Livestream und zwar ab 19 Uhr auf Twitch. Wir werden definitiv anfangen mit PlayerUnknown's Battlegrounds, einfach weil ich mal wieder was nicht Star Trek Technisches machen möchte. Danach gibt es dann wohl Elite Force und da danach kann es sein, aber ich bin mir noch nicht sicher, kommt drauf an, ob ich es morgen noch schaffen werde, könnte es sein, dass ich eure Hilfe bei STO brauche, weil ich müsste da der STF aufnehmen, eventuell. Mal gucken, wenn ich das nicht hinkriege, werden wir auch noch einen Besitz durchspielen. Wie gesagt, das ist sehr, sehr meh. Morgen auf jeden Fall PlayerUnknown's Battlegrounds, damit fangen wir an und danach Star Trek Voyager Elite Force. Gut, also bis dahin, schausen!